Wo sind die Zombies? Da kommen sie schon. Da kommt sowas angekrebst. Ich habe meine eigene Probleme mit dem Zaun. Ich hasse das, wenn das mal wieder super funktioniert. So, jetzt müssen wir mal gucken. Das Gewehrkontenten wieder rausnehmen. Das passt auf einmal nicht mehr durch. Auch noch immer. Kurz nach Hause. Ein bisschen Munition ranschaffen. Und seinen Helden holen. Oder Heldinnen. Ja. Nein. Da geht's durch. Jetzt geht der Platz raus. Ich weiß auch nicht, ob die Helden unbefristig lange warten. Nicht, dass der nachher dann irgendwie abnüttelt. Ich bin fast da. Okay. Ja, ähm. Dafür brauche ich Geistesgegenwart, Stufe 7. Okay. Wenn wir das noch weg. Munition holen. Noch einiges. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Der Nachkampf ist einfach viel zu träge. Ich weiß. Ich weiß gar nicht, dass die Helden 2 aposteln nicht mehr ist. Ich weiß. Ich weiß. Aber hier die Punkt 22. Da sind auch noch 30 Stück. Sollen wir uns ja schon fast geschafft haben. Das ist verduselig. Das ist nicht. Genau vor das Auto gelaufen. Hier ist Munition. Ach, sie meinen an. Ah, meine Kommandante. Ja. Lieben gerne. Der kann mich immer gut klar. Ja. Schaffst du's? Das würde aber die Auswahl echt erschweren, wenn ich dann mitnehme. Also der Knorkeltyp, der kann jetzt gleich erstmal die... Autofahren ist nicht eins. So. So, jetzt kommen wir jetzt mal alles. So, man, jetzt tun wir eigentlich schon ausbauen. So. 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 Keh. So. Wechseln hier. Der aus Erfahrung. Jetzt wird es mal kurz gewuckelt. Ist doch irgendwo einer. Ach, da. Kommt. Ja, tut mir leid. 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 Ein bisschen. Ja, tut mir leid. 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 Ja. Ja, tut mir leid. 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 Den letzten... Ja komm, fangen wir einfach an, nehmen wir den Weg. Ja, ich bin ein etwas überladen. Ja, er hol dich. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, mal. Um... Moment. Du verträgst es. Dann machen wir noch die restlichen... Aufklärungsschutz. So viel ist jetzt gar nicht mehr. Ich hoffe, wir werden nicht alle retten. Ach... Können sie nicht alle retten? Mööö. Möööö. Ein Held wurde gesichtet. Mal sehen, wen wir jetzt durch den Mentor kriegen. Ähm, das kann ich kennen. So. Eskorte. So, nehmen wir den dann. So. So. Jetzt können wir Munition herstellen. Jetzt ist die Welt sowieso in Ordnung. So. Dann können wir auch direkt mal kurz. 5,56. Ja, ich weiß. So. 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 Ja, der Eldridge. Sasquatchnie, die ist da im. Uhm. Im DLC. Ohnerad hat das Geldgesprừ! Absolut schlafen! Er hat ein Sturmgewehr. ja, nicht so. So. So, jetzt da легchaue, ist das schon. was ist natürlich auch an die fokussieren ziel fokussieren sturmwaffen will ich eigentlich gar nicht drauf gehen ich wüsste mir jetzt erstmal aus ich bin ja eigentlich kein fan von sturmwaffen sturmwaffen benutzen wir jetzt natürlich weil wir sie brauchen das sieht nicht aus als fährter ding wer das mehr schuss sauber du hast dir die falsche party ausgesucht da waren sie auf einmal alle da und dann werden wir jetzt wieder dahin gehend das werden wir wieder produzieren und zwar schaden fahrten so so ja die eine zombiejagd ist ausgelaufen aber die hole ich mir jetzt so nicht besonders die in echt einmal nah dran ich mag den charakter ja es wird dann besonders schwer weil der eine ist schon gut trainiert aufs schleichen das wird schwierig so lass mich raten 5.56 mm bestellt die brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr natürlich natürlich machen wir nochmal das werden wir noch ein bisschen ausweiter haben wir suchen ein schutzwesten zombie so so hm hat er ausgeflogen wir müssen uns ja ein bisschen umsehen jemand da hallo oh wie schade so hm hier nicht guck mal bei den Nachbarn ja da sehe ich schon mal dass irgendjemand hier ich mir in den Ölschrank ja ich bin nicht derselbe wenn ich hunger bin so zack Wir kommen mit einem vollen Pack. Wir werden bereit sein. Das war ein sehr komplexer Stoß von guten Glückwunsch. Okay, da müssen wir nochmal rein. Durch die Fenster sehe ich jetzt gerade akut keinen. Ich höre es aber. Ich höre es. Da ist er. Ich sehe ihn. Ich höre es. Erledigt. Nichts. Jetzt haben wir eine neue Quelle aufgetan. Wo wir hin sollen, da hinten. Ich gehe aber nochmal zurück. Ich mache noch ein bisschen mehr damit. In einem Badezimmer. Ja. Wo ist denn das nächste Haus? Ja. Hauptsache rumbrüllen wie so ein Weltmeister. So. Der haut schon ab. Das ist wohl nicht der Richtige. Die sucht von einem ganz bestimmten. Nein. Nein. Nicht nur aufgeblendet. Den darf ich so haben. Den. Habe ich. Habe ich. Ich helbst. Hm. Gut. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt fertig. Ich bin jetzt fertig. Du kannst nach Baumaterialien suchen. Ja. Ich bin jetzt. Ja. Ja. Ich bin jetzt da. Aggressionsmanagement? Das Clio Abwurf, was ist denn dabei? Bleibst du bei mir? Fangen wir doch mal dahin. Gucken wir uns die Sache an. Wenn es uns zu blöd wird, fahren wir einfach wieder. Die Infektionsherde müssen wir auch mal wieder ausdrücken. Da ist nichts. Okay, fahren wir wieder. Jetzt bin ich alleine. Jetzt bin ich alleine. Ich habe die Chance beim Anhalten genutzt, sich vergnügt aus dem Staub zu machen. Ich weiß nicht, wie schnell du im Durchsuchen bist, aber flott als die meisten. Das war schon mal gut. Das lässt sich aufbauen. Das lässt sich aufbauen. Ich bin alleine. Ja, wir kommen noch mal auf. Da hinten kommt eine Zombie-Horde, das sollte mich jetzt nicht zürgen. Dann werde ich mich aber wiederum Rückweg machen, das ist die Sache mal kurz abgeladen. Aber mit dem vollen Wagen brauche ich nicht zum Kleberabwurf, das macht nämlich null Sinn. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017